Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie wieder einmal zu einem kurzen Fahrvideo auf meiner Modelleisenbahn im Maßstab 1 zu 87. Und heute schauen wir uns mal an, wie die gute alte E-Log 103 mit den entsprechenden EC-Wagen des Typs Roland aus von Bremen, ich glaube, nach München gefahren ist. Diese Zuggarnitur habe ich auch im Nachhinein noch beleuchtet und die fährt gleich. Viel Spaß! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!